Wird Christian Lindner als Parteichef der FDP gestürzt? Zahlreiche neue Informationen gibt es und zahlreiche Kritiken über den Vorsitzenden. Wir gucken uns die Sachlage genau an. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Und wir sehen als erstes mal hier die Apollo News, die Bauernproteste. Christian Lindner hat sich sehr, wirklich sehr unprofessionell, sehr abfällig und sehr anti-wertschätzend gegenüber den Bauernprotesten und den Bauern in Person ausgedrückt, so möchte ich es nennen. Und dann heißt es nämlich hier, Thüringer FDP distanziert sich von Lindner. Und das ist ja nicht jemand Unbekanntes, sondern das ist der Landesvorsitzende Kemmerich aus Thüringen. Also nicht ein einfacher Abgeordneter. Nein, nein. Und er war ja mehrere Tage der Ministerpräsident von Thüringen. Und dann kam ja die Raute und die Rückgängig-Machung. Wir kennen das mittlerweile. Hätte er mal Coronas bewiesen. Okay. Führende Mitglieder der Thüringer FDP, darunter Landesvorsitzender Kemmerich, Kämmerich distanzieren sich deutlich von Lindners Äußerungen zum Bauernprotest beim Dreikönigstreffen. Kemmerich kritisiert Lindners Aussage als abwertend gegenüber Landwirten und betont den Respekt, wie es hier heißt. Ganz interessante Nachricht, wie ich persönlich finde. Denn wir bekommen jetzt hier und da immer wieder häufiger so ein paar, ich sag mal, persönliche Kritiken über den Christian Lindner mit. Sei es aus der eigenen Partei, sei es aus anderen Parteien, sei es irgendwelche in Anführungsstrichen Kampfansagen gegen den Herrn Lindner, etc. Er ist natürlich in der Position, die gerne viele hätten als Parteivorsitzender und natürlich auch Finanzminister. Das sind natürlich zwei schöne Posten, die der eine oder andere haben möchte. Aber wir sehen ja auch, was in den Umfragen passiert. Unter fünf Prozent. Gucken wir uns gleich noch an. Erst nochmal hier zurück zur Thüringer FDP. Zitat. Ich halte den Satz, dreht um, ihr habt euch verrannt, für äußerst unglücklich, erklärt Kemmerich gegenüber der Thüringer Allgemeinen und betonte, dass diejenigen, die das Land ernähren, Respekt verdienen. Er zeigte Verständnis für die Anliegen der Landwirte und betonte, dass der Protest der Bauern in einer Demokratie Raum finden sollte. Kemmerich kritisierte Lindners Aussage als abwertend gegenüber den Landwirten, insbesondere, da die Bauernschaft bereit gewesen sei, über die Abschmelzung von Subventionen zu verhandeln. Ja, und das kannst du dir wirklich beim besten Willen nicht mehr vorstellen, was hier passiert, wie man behandelt wird, wie man als Aussätziger behandelt wird, in eine rechte Ecke gedrängt wird. Und, sorry, rechtsradikal wäre eigentlich richtig, aber die Presse benutzt ja auch nur noch diesen Begriff, wird ja alles d'accord gesehen, ist ja kein Unterschied, also kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Aber Gerald Ullrich äußerte hier ebenfalls auch Kritik bezüglich Lindners Aussage, dass die Liberalen gegen die Bauern seien. Er betonete, dass die Haltung nicht nur ihn persönlich verärgere, sondern auch die Menschen innerhalb der Partei, die sich für die Bauern einsetzen und direkt mit ihnen in Kontakt stehen. Und ich denke, genau das ist eines der grundlegenden Probleme. Christian Lindner hat keine, ja, keine Basis. Er hat keine richtige Basis zu seinen Wählern. Überleg doch mal, was er auch für einen Lebenslauf hat. Das ist jetzt nicht großartig davon gekrönt, jede Menge Jahre als Angestellter, Selbstständiger und sonst was gearbeitet zu haben. Soweit ich weiß, war er zweimal selbstständig und ist danach in den Landtag in NRW gezogen und dann war er im Bundestag. Und sonst Parteiarbeit. Was hat denn das für eine Qualifikation vorzuweisen für einen Finanzminister? Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Das ist doch absoluter Schwachsinn, Leute. Nein, was man mittlerweile, mit welchen Lebensläufen man in solche Ämter kommen kann, das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Und wenn der Herr Lindner sagt, dreht euch um oder dreht um, ihr habt euch verrannt, passt das vielleicht besser auf ihn persönlich und auf seine Partei, die FDP? Dass man mit der Ampel sich komplett verrammt hat, das sollte jedem klar sein. Und wenn dann bei der Mitgliederbefragung vor kurzem eine ganz knappe Kiste ist, wie das ausgegangen ist, dass man in der Ampel bleiben möchte, dann ist das erschreckend, wie sehr zerstritten die Partei offensichtlich innerhalb ist. Das finde ich persönlich auch krass. Und von meinen FDP-Kontakten, zumindest der einen Dame, habe ich nichts mehr gehört. Keine Antwort mehr. Fand ich auch sehr spannend. Wenn du das siehst, liebe Grüße, ich hatte zwei E-Mails geschrieben, beides unbeantwortet. Und ein Schelm, wenn Böses dabei denkt, war ich doch zu kritisch. Da muss man mit umgehen können. Aber bei dem Herrn Kemmerich noch drauf. Es funktioniert doch nicht mehr in der FDP, Herr Kemmerich. Vielleicht sollten sie sich eine andere Partei suchen. So zum Beispiel Werteunion oder AfD. Aber das wäre ja böse, so etwas hier zu sagen. Aber interessant ist, dass der Herr Lindner jetzt auch noch weitere Probleme bekommen wird aus der SPD wiederum. Denn die plant eine Mega-Attacke auf Lindner, wie es hier heißt. Und dann geht es nämlich hier wieder mal um die Schuldenbremse. Es geht immer ums Geld, Leute. Wir wissen das mittlerweile. Irgendwelche Versorgungsposten, die hängen auch mit Geld zusammen. Oder halt direkt um die Kohle. Und bei der Klausurtagung der SPD-Fraktion Donnerstag und Freitag soll das Ende der bisherigen Schuldenbremse beschlossen werden. Allerdings wird das schwierig. Wird schwierig. Sie werden es schaffen, aber es wird schwierig. Und das Ziel ist ja, mehr Staatsschulden machen als bisher erlaubt. Die SPD geht damit auf Vollkonfrontation zu Lindner und dessen FDP. Der Finanzminister schließt zwei Dinge kategorisch aus. Höhere Steuern, Aufweichen der staatlichen Schuldenbremse. Um was wetten wir? Dass er bei beiden einknickt. Höhere Steuern haben wir doch schon. Wir haben die CO2-Steuer bekommen. Wir haben die Lkw-Maut bekommen. Die Bauern haben keine Subventionen mehr. Das ist im Endeffekt eine Steuererhöhung etc. Die Liste ist lang. Es wird natürlich nicht nur eine Aufweichung. Das ist auch wieder so eine falsche Begrifflichkeit, die hier verwendet wird, dazu kommen. Sondern die wird stillgelegt. Also du kannst ja nicht aufweichen. Was bedeutet aufweichen? Bedeutet das 10% mehr als eingeplant? 20%? 100%? Unendlich? Was soll aufweichen bedeuten? Du kannst ja nicht ein bisschen schwanger sein. Das bedeutet entweder, ich halte die Bremse ein oder ich halte sie nicht ein. Punkt. Was gibt es denn da immer für schwachsinnige Äußerungen? Der Bild liegt hier dazu in fünfseitiges Papier vor. Zitat. Die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form ist nicht mehr zeitgemäß. Ja Leute, ihr seid unmodern. Was fordert ihr denn hier? Schuldenbremse. Raus mit den Kohlen. Raus mit den Kohlen. Wir brauchen Radwege in Peru. Die sind wichtig. Die derzeit starren Regeln sind ein Wohlstandsrisiko. Für jetzige und kommende Generationen. Absolut korrekt. Natürlich nicht in Deutschland und nicht für die deutsche Bevölkerung bezogen, sondern für alle anderen, die hier sind und für alle anderen Länder. Das stand jetzt nicht dabei, ist aber meine Interpretation. Nein Leute, es ist absolut irre. Und was genau so absolut irre ist, wie kann es denn sein, dass die FDP immer noch so knapp unter 5% ist? Ja, sie sind wieder unter 5%. Aber ich habe vorhin noch mit Ferros telefoniert und darüber gesprochen. Wie oft waren sie das denn in den letzten drei Monaten? Fünf, sechs Mal? Immer mal wieder irgendwo unter 5%. Dann sind sie mal wieder auf 5,0, 5,1. Dann sind wir hier auf 4,9. Können die bitte mal auf ein, zwei Prozent fallen? Bei der Politik, die da an den Tag gelegt wird, wäre das doch angemessen, oder? Ja, und jetzt aktuell hier das RTL-NTV-Trend-Barometer-Bericht. Das sind 4%, die sie jetzt noch erzielen. Das sind 4% zu viel für diese Politik, die die Partei gerade an den Tag legt. Aber hier, da hat wohl alles nachgelassen, was vorher drin war. Da ist es. Zack, da geht das Ganze hier nochmal runter. Das ist schon sehr, sehr lustig anzusehen. Bei RTL-NTV-Trend-Barometer das erste Mal jetzt hier unterhalb der... Nee, hier waren sie schon mal im Oktober unterhalb der 5%. Wir haben aber schon andere Umfragen gesehen, wo sie das ebenfalls schon geschafft und erzielt hatten. Und spätestens dann, das ist doch ein Feedback. Wisst ihr, Leute? Das ist doch wie eine Feedback-Funktion hier. Ihr könnt einen Daumen hoch geben, Daumen runter gehen. Ja, ich sehe den Daumen runter auch im Backend des Videos. Und ihr könnt negative oder auch positive Kommentare schreiben. Und wenn ich sehe, dass da alles gedisliked wird, alles negativ beäugt wird und beschrieben wird und keiner meiner Videos vielleicht sogar mehr guckt, dann mache ich mir doch Gedanken darüber, ob die Videos inhaltlich und thematisch vom Aufbau etc. pp. stimmen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich doch offensichtlich etwas falsch. Dann muss ich mir doch überlegen, was ich falsch mache und dafür eine Lösung finden. Aber gut, in der freien Wirtschaft läuft das offensichtlich anders. In diesem Sinne, schreibt eure Meinung unten rein. Was denkt ihr? Wird Christian Lindner gestürzt oder nicht? Wird die FDP untergehen oder wird Christian Lindner untergehen? Ich glaube, so ist die richtige Frage. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten. Danke und ciao. Bis zum nächsten Mal.